Kohaku Sakai Fischfarm Nisai 45 cm Weiblich 99% Wir sagen jetzt immer 99% weil jetzt keine Laichzeit ist Die Kiemen und die Flossen sind bei fast allen Fischen glatt Also es ist relativ schwierig Wir drücken die ab, also wir versuchen hier Samen rauszudrücken Wenn nichts kommt dann ist der Fisch für uns weiblich Die Flossengröße Samenmaß geht wieder vor Ansonsten ist der Kohaku sehr gut Das war eine schöne Zeichnung Sakai Fischerwein Groove Bis Mai, Juni haben wir hier 55 cm locker Wer hier interessert, er trägt noch bei